Ey, seid mal bitte okay, bitte. Okay. Ich lieb dich, Bruder. Hey, Jungs, ich hab Dinger. Das ist Vorsteller. Welche Familie bist du? Ein Drangheta. Ein Drangheta? Ja, ja. Ach, du heilige Matrose. Verdammt du fucker. Ha. Wie heißt ein Name? Ich heiße Giano. Zano? Ja, ja. Hey, Zana. John. Ey, Salvo, bist du da? Emre. Emre, bist du da? Ja, nee, Emre ist auch nicht da. Der Emre? Ja, der Emre. Wo ist denn der? Das sind alle Sammeln, aber verdammt das fucker. Aller am Sammeln hier. Was sammeln sie? Hm, ja, eine ist so. Keine Ahnung, manchmal angeln, manchmal auch Ding. Ah, Tabak und so. Ah, Tabak, okay. Hast du hier schon bestanden und so? Es habe Panzerfaust. Oh, das ist. Aber es hat versteckt, es hat vergraben, es wäre. Echt? Es wäre. Panzerfaust ist schon eine Nummer zu viel, Lalle. Schon krass. Wie findest du meine Stiefel, meine neuen Traitor? Boah, die krassen Traitor. Ach, ja. Ja, es ist ja mal vor, du bekommst mir dieses Stiefel gegen Gesüß. Tod. Du machst keine Ahnung. Peace. Peace. Oh my God. Ja. Komm, mach mal, du bist ich. Nein. Und dann bin ich du. Was? Ich fass dir ja nöß. Ich fass dir auch nöß. Ich bin der röss und du bist so. Ich bin ich und du bist so. Ich bin Klaus-Dieter-Smith. Aber nicht mehr. Niklaus-Dieter-Smith. Nein, Klaus-Dieter-Smith. Ach so. Nicht Nikolaus, einfach nur Klaus-Dieter-Smith. Okay. Wir können es aber Kebab nönen. Kebab. 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 Auf korrekt. Cool. Wie geht's dir? Nun, mir geht's gut. Ganz angenehm. Könnt so besser gehen. Bist du bereit, für die Familie alles zu geben? Natürlich. Ich lege meine Hand ins Feuer. Boah, das hört sich aber gut an. Das ist gut. Was würdest du machen, wenn er und der Zwölfer und du in einem Raum seid und wir müssen einen töten? Du musst einen töten. Entweder dich, den Elfer oder den Zwölfer. Wen würdest du töten? Es zöte, es zöte den Zwölfer. Spur, das ist aber ein zweierer Prültes, zöte Mess. Weil Familie ist für mich wichtiger als mein eigener Leben. Sterbe für Familie als wir. Stark. Du stockern, was dir gehabt? Du bist auch sehr lustig. Soll ich noch was sagen? Ernest? Du bütest bloßes? Du stockig. Das ist freundlich. Das ist freundlich. Äh, kebab. Nö. Sagen wir, deine Mutter liegt im Krankenhaus und nach zehn Minuten zu leben. Und in dem Moment haben wir ein Konflikt. Für wen entscheidest du dich? Mutter oder Familie. Das wäre, es kack auf Mutterkopf. Wir sind in den Bergen, mit der ganzen Familie, keiner hat ein Ringschirm und du bist der einzigste, der hat ein Ringschirm. Es surf den Weg in some work. Boah, du kennst ja die Frage eben auswendig. Okay, wir machen das jetzt so. Welches Tier würdest du gar nicht sein? Welches Tier es sein müsste? Ja. Also viele würden jetzt sagen Löwe, aber Leute, die sagen, die müssen Löwe sein, die müssen auch Herz wie ein Löwe haben. Viele sagen, die wollen Löwe sein, haben aber ein Herz von einem Wurm oder von einem Vogel oder von einer Wurze. Es, es müsste, glaube ich, ein Adler sein. Boah. Was ist los? Komm hier, komm hier, wein. Ich habe keinen Waffel, Leute. Oh, mein, verdammte Fucker. Will ich mit einsteigen? Natürlich. Dankeschön. Ist nicht mein Auto, aber du darfst. Alles gut, haben wir da. Wollen willst du? Ich weiß nicht, darf ich ein bisschen mit dir rumfahren? Natürlich. Wir können ja auch Freunde werden. Ja? Können wir Freunde werden? Ja, wie heißt sie? Äh, Jachmar. Was geht, Jachmar? Was geht? Wie geht's dir immer besser? Mir geht's gut, mein Jutsdar. Mir geht's dir. Mir geht's auch gut, mir geht's auch gut, Bruder. Oh, Allah. Was ist so los, alles? Nix, nix, alles gut. Alles klar. Ey, gerade, Bruder, du weißt nicht, was wir gerade für den Film geschoben haben. Wer? Ich habe, ich, alleine mit deinen Kollegen. Pass auf, wir haben so, wir haben uns gerade den Polizei-AMG geschnappt. Polizei! Ja, wir sind so gut rumgefahren, haben die Lautsprecher angemacht und haben gesagt, NSPD, fahren Sie rechts rum, da. Wo bist du hin? Ich sag's nicht nochmal, aussteigen. Warum? Ja, her, aussteigen bitte. Okay, jetzt hier müssen wir sounden, du zöre. Du zöre, steig raus. So, aussteigen. Ach so, ja. Steig aus, du zöre. Leute, wo geht's? Okay, zöre, 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 zöre. Ich hab wirklich angefangen, wo du zu spielen hast, wo ich deine Clips gemacht habe. Ehren, Mann. Ehren, Pau, was ist für ein Audi, Digga? Erstmal Sneak, nirgst du. Bruder, ey, Bruder, hast du Geld oder so für mich, Digga? Bruder, ich hab gar nichts. Ich hab gerade nur 40k bei mir. Hier, ich kann dir das geben. Egal, Habib, Bruder. Ja, Wallah? Really? Oh, das Auto ist meins. Ist dein Nasrisch? Wo war ein, Habib? Hey, hey, Bruder. Ey! Hey, Leon! Hey! Sag ein! Servus, Leute. Was ist los? Was ist los? Es will mir sich ja vorstellen. Hier will sich einer vorstellen. Ey, komm mal. Ich kann nicht mehr.